Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo und letztes Mal habe ich es ja ein bisschen spät angekündigt, deswegen dieses Mal immerhin 22 Stunden vorher. Morgen um 16 Uhr spiele ich jeden Sonntag auch ein kleiner Livestream und seht ihr diese Art einfach aus meiner Sicht, okay die anderen haben jetzt gar nichts aufgenommen, aus meiner Sicht perfekten, hier einen perfekten Uploadplan, hier Livestream, dreimal Roam, einmal Rouge und wieder Livestream. Ah, perfekt. Ich glaube das habe ich noch nie geschafft eine komplette Woche meinen Uploadplan durchzuhalten. Okay aber auf jeden Fall 16 Uhr ein Livestream auf Twitch, diesmal wieder ein bisschen organisiert, letztes Mal muss ich ehrlich zugeben, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ich bin da so ein paar Minütchen vorher erst aus dem Bett gekrochen, weil ich dementsprechend am Tag davor weg war. Ähm, und deswegen war der Livestream etwas allchaotisch und unorganisiert und hat nicht alles so ganz geklappt, aber diesmal wird es wieder ein bisschen besser. Ich habe gesehen, Arma wollt ihr nicht sehen, also lassen wir das einfach weg. Vielleicht wird auch mal wieder Battlefield 3 gespielt, aber wenn dann eher gegen Ende. Rouge wird auf jeden Fall gespielt, vielleicht auch mal so ein bisschen zum Ausland beendet, je nachdem. Okay, das war es dann eigentlich auch. Ich wollte nicht viel mehr sagen. Wenn ihr natürlich wie immer Spielevorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Äh, ihr bringt die halt immer wieder im Livestream. Das ist zwar auch ganz gut, das Problem ist dann nur, äh, man kann die Spiele halt nicht schon vorher runterladen, man kann die schon Sauber aufsetzen, etc. Das bedeutet, man muss das dann halt immer, ja, irgendwie reinquetschen und dann klappt es immer nicht so ganz. Also schreibt es doch auch mal in die Kommentare. und, äh, macht auch bitte euch einen Twitch-Account. Das dauert nicht wirklich lange, also viele der Zuschauer haben, äh, sehe ich dann immer keinen Twitch-Account und schreiben mir dann halt per Steam oder so, das ist ein bisschen schade. Die könnten sich auch im Chat beteiligen. Okay, dann war es das von mir. Ich hoffe, wir sehen uns morgen und bis dahin. Ciao, Leute.